Ja, können wir machen, Leute. Können wir Go machen. Habt ihr Begrüßungen? Schade. Okay, Go, Team Pokémon. Okay, die Begrüßung ist... Es gibt keine Begrüßung. Es ist einfach... Wir sind drin. Wir sind drin, Leute. Wir sind da. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Willkommen zu einer weiteren Motox FFA. Nein, das ist kein Motox FFA. Wir sind nicht bei Bazi. Wir sind bei... Meine weiteren Motox FFA mit Present. Mit Glamour. Ist egal, was am Motox ist denn nicht. Mit Light. Und natürlich mit mir. Hallo. So, Leute. Jetzt habe ich wirklich Style dabei. Schaut mal mit in mein Team. Also, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ihr werdet es nicht sehen. Hallo. Ich habe Style, okay. Warum hat das radikal kein Item? Radikal, oder? Hey, ja, brauche ich es nicht. Es gewinnt auch so, Alter. Items sind überbewertet. Ich habe dir übrigens ein Item geklaut. Hast du? Einen Namen. Einen Spitznamen, mein' ich. Welches? Sails mit Houser. Ich schwibbel. Ah, sehr gut. Sehr schwach. Schwibbel for life, Alter. Alter, mit wem ich jetzt auf einer Seite wieder mit diesen GG-Glebber? Alter, nee, bitte nicht. Hast du gerade GG gesagt? G-G-Glebber, ja, ja. Der G-G-Glebber. Das ist schon voll an. Alter, ist wirklich GG, ey. G-G-G-G-G-Glebber. Glebber meint, oder? Glebber meint, oder? Glebber. Glebber. Rino. Presentielo. Presentielo. Oder Cyclops? Was ist da los? Ich würde sagen... Wesazelf? Alter. Ich würde sagen, Wesazelf ist der Fred. Oh, ihr seid doch gelb, warum nehmt ihr alle Lakerpokomen mit? Du bist ein Dirty Moly, ist der Fred. Weißt du, ein richtiger Tryhader? Was? Hey, wo bin ich denn mit der Fred, dass du den Worst Ace hast? Dabei. Welches Pokémon ist jetzt der Fred für mich? Also, ich kann dir nichts tun. Ich bin ein Stahlbodenmon. Du bist ein Boden-Pokémon mit Moldbreaker, was du willst. Du bist ein Trottel! Du bist ein Boden-Pokémon mit Moldbreaker, hallo? Oh, come on! Ich hätte gerade so viele Ones aus dem Spiel genommen, mit einem Hit. Ich werde dich sowieso von jedem gete... äh, hitted hier. Hallo? Du bist so ein Trottel, Alter, ich hasse dich, glaube ich. Ich hab das nur für die Allgemeinheit getan. Du bist zum Toad, Alter. Ich fokuse dich bis zum Toad. Bis zum Toad. Bis zum Toad. Ich hab das nur für die Allgemeinheit getan. Für die Allgemeinheit, ey. Für die Allgemeinheit. Ich hab das für euch gemacht, ja? Wir wussten ja, dass du das killst, deshalb sind wir auf dich gegangen. Ach so. Ihr habt also schon Next-Devil-Plays gemacht. Das ist ein Over-Over-Predict. Leute, ich hab Kraken-Power. Kraken-Power muss gewinnen. Alter, sehr gerne am Start. Deswegen, Leute, bitte lasst mich mal bitte. Danke. Bitte lasst mich mal bitte. So, wer ist der Fred? Wer geht auf wen? Also, lass uns mal einen Angriffspakt machen. Einer geht auf Glamour. Ja, ich geh auf U-Turn. Easy. Nice. Mach mal. Tut mir leid. Nice. Aber panicht das jetzt wahrscheinlich, indem der irgendwie auf Überschallknall geht. Alter, da kriegt er die Switch-Advance. Ich hab das physisch defensiv Wichsen dabei. Alter, nicht Wichsen. Alter, nicht Wichsen. Nein, nein, nicht Wichsen, Alter. Alter, da Wichsen. Kennt ihr nicht Wichsen, der, der, das Rentier von Wierter? Das heißt Glitzenbedarf. Ja, ja. Nein, es gibt, es gibt ein Reintier, was Wichsen heißt. Ja, lecker. Alter, warte gar nichts. Da, zusammen mit meinem Wichsen, wär das echt gut. Bitch. Bitch. Nice. Alter, ich weiß, wer der Fred ist. Dieses Rentier da. Was? Ich find der Kraken ist der Fred, oder? Alter. Alter, wart mal ganz kurz. Alter, du hast Energie bald, oder? Alter, easy. Gar nicht. Alter, ich dachte, du gehst auf das. Das ist mehr real. Nein, Wussel. Boah. Alter, so ein richtiger Tryhard, ne. Das ist unglaublich. Hä? Wieso bin ich der Tryharder? Wer hat da, äh, Wesprit dabei? Leg ihn. Ich weiß nicht. Also, ich seh keinen Wesprit. Ich auch nicht. Ah ja, stimmt. Das ist weg. Stimmt, hast recht. Halt einfach. Hey, weißt du was? Wir switchen, meine ich. Ey, bitte, Kraken. Ist Kraken schneller oder schwindeln? It's time. For Fabio. Alter, nicht Fabio. Das ist der Fred, Leute. Come on. Alter, du hast doch Earth Power. Geh mal bitte, geh mal bitte. Come on. Nein, ich hab den Plan, Leute. Ich hab den Plan. Warte, was hab ich für ein Item auf dem Ding? Leute, ich kill jetzt erstmal kurz ein Pokémon, okay? Hä? Nein, ich geh nicht auf dich. Ich geh nicht auf dich, Schwimmel. Ich geh auf Fabio. Ja, ich weiß, ich weiß. Geht bitte alle auf Fabio, Leute. Okay, gut. Wesprit? Du bist so ein Trudel. Du bist so scheiße. Was ist das für ein Teamplay? Oh my god. Ja, dankeschön. Ich darf dein Ernst. Danke. Das macht sowieso 2% oder so. Fabio. Ich hasse dich. Kragen, nein. Alter, wenn das Särgen sieht, Leute. Ich hatte sogar eine Offensiv-Face. Trotzdem hat er nichts geteilt. Alter, live auf Fabio, easy. Ist schon ein bisschen fies. Das ist aber kein richtiges Fabio, wenn es kein Mega ist. Richtig. Ist mir egal. 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 Vor allem kannst du bitte in der Nachbearbeitung die Haare einfügen. Ansonsten kannst du das in dem Video probieren. Nice. Jetzt kommen wahrscheinlich so Glebas Videobearbeitungs-Skills kurz zur Geltung. Alter, das ist ja Pre-Pre-Carney, Alter. Little Pre-Carney. Little Pre-Carney. Little Pre-Carney. Pre-Pre-Carney, oder? Da wird Intimidator. Das ist richtig VGC-Sweats hier. Alter, richtig krass. So jetzt Leute, komm schon. Ich bin useless für diesen Kampf. Wenn ihr auf mich geht, dann... Du weißt, dass ich auf Erdbeben gehe. Es tut mir leid. Alter, du gehst doch nicht auf Erdbeben. Ist das dein Ernst? Ich kann da nichts machen. Du musst... Du musst nicht auf Erdbeben gehen. Lass mal das bitte. Doch, ich muss es tun. Ist so, geh mal lieber auf mich. Ich geh ja eh auf Erdbeben-Kräfte gegen das Alter. Was für ein Wahlkampf? Was für... Ja gut, dann stirbst du jetzt. Ich werde so oder so gestorben. Ich hab gar zufrieden. Ich hab live auf. Mit deinem Urteil. Na? Nein, Fabio, nein! Du hättest... Du hättest nicht auf Erdbeben gehen müssen, Alter. Ja, eben. Sag ich doch. Er ist gebandet. Mann. Nein, er ist physisch defensiv. Du Trottel, ey. Luke. Frecandy tankt hast. Ich weiß das. Ja, richtig. Tschüss. Daneben nicht. Ich bin offensiv. Ich bin doch nicht defensiv. Er spielt schon defensives Vulkanen. Come on. Ist so. Nur Akani ist der defensiv threat. Richtig. Mein Schwibble put it echt in work, oder? Er tut it aus wegen euch, Alter. Was ist denn los? Put it in work? Was hab ich eigentlich noch? Oh. Ich hab meinen Story-Kecleon. Nice. Nice. Was ich einmal benutzt habe. Ja, easy. Present is out, ne? Ja, ich bin out. Easy-Gamer. Alter, der hat drei Pokémon noch. Alter, clever. Wir gehen auf clever. Und Alter, Light hat auch noch drei. Was ist denn los? Ihr greift euch ja gar nicht an, gegenseitig. Na, dann nimm doch nicht so weak Pokémon mit. Hallo? Ja. Wieso nehmt ihr diese OP-Pokémon mit, Alter? Was sagt er seinen Worst-A-Self, Alter? Gehen wir erstmal Uber-Team mit. Alter, hab ich Predicted, Mann, ey. Hab ich Predicted. Komm, go. Alter, Co- Alter, Matschbombe. Ist das ein R? Warum gehst du auf mich? Dafür... Farbwechsel? Alter, Farbwechsel, Kecleon, die Stress-Tarnung. Tarnung! Alter! Der tarn sich. Leute, lauf! Alter, ich bin normal! Alter, Typ normal! Okay, Null-Runde-Fieler. Das hab ich Predicted, Mann. Also, ich würd sagen... Er wollt einfach Typ normal bleiben. Also, ich würd sagen... Du kannst... Du kannst Kecleon nicht mehr angreifen. Ich kann ihn gar nicht mehr sehen. Er hat sich zu gut getarnt, Alter. Ist so. Easy, Sir, Alter. Da ist er easy im Surren. Das ist die Senior, Mann. Yes. Okay, okay. Jetzt zerstört mal dieses... Dieses Schwibbel. Das hat... Das ist voll eklig. Das Schwibbel ist voll süß, okay. Das ist mein kleiner Schwibbelpfad. Eine Bergsturm? Nice! Quid. Ist immer ein Quid. Ja, ist ja immer ein Quid. Ja, Quid. Merda. Willst du mich verarschen, halt? Ja. Moment, bitte. Was? Da gehen sie beide auf mich. Alter, nur weil ich... Nur weil ich Step-Arts gereicht hab. Genau. Okay, ich kann das nicht gewinnen. Ich kann das einfach nicht mehr gewinnen. Hey, sag mal leise. Du hast da einen Kampf gewonnen. Gegen... Alter, okay. Gegen einen Schwalboss, ja. Glebermind. Glebermind. Hättest du meinen Damioplexi angegriffen? Ich hätt gewonnen. Weil ich Team bin. Ja, weil du mich angegriffen hast. Selber Schuld. Hättest du nicht. Ich hab jetzt hier erstmal Fappy Birds. Haut jetzt raus, Alter. Das tank ich! Easy! Sword Rest! Bam! Bitte! Alter, ich tank's auch! Ich tank's auch! Easy! Nee! 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 Das war so Choice Specs. Swallow. Alter, hier. Die Anti-Streads hier. Richtig krass. Oh mein Gott, ich bin auch schneller als das. Ich gewinne! Ich bin der Beste in diesem Spiel. Oh mein Gott! Alter, Leute! Glamour darf nicht gewinnen. Ihr müsst Glamour besiegen, Alter. Hey Mann, wisst ihr was jetzt fies ist? Ihr geht jetzt eh beide auf mich. Hey, ich geh auf Magnetino! Was willst du? Ja eben, das bin doch ich. Das ist leicht. Okay, äh, Lauris, wenn du willst, dass wir beide gewinnen, dann tu mir einen Gefallen und halt einfach die Fresse. Shit! Niemand mag mich! Alter, halt Robustheit, oder? Robustheit! Da-da-da-da-da! Was? Nein! Oh nein! Ich war einer Blitz! Ja, ich lebe sie. Nein, ich lebe sie nicht. So lächerlich. Man Maxwell, ohne Witz. Warum hau ich eigentlich jedes Mal ins Leere, Mann, ey? Weil du so gut getarnt bist. Du bist so gut getarnt, du siehst keiner den Gegner. Alter, jetzt, jetzt. Hallo, das Ding ist richtig langsam. Ihr zerstört jetzt Glamour, bitte. Danke. Ja, Magnetino ist ja so schnell. Ja, Magnetino ist ultra schnell. Alter, hätte ich jetzt die Prius, ne, aber... Alter, wieso hast du keine Prius? Ich hab das nie benutzt. Okay, Geist, machen wir das. Ich würde das sowieso leben. Ich bitte euch. Nein! Alter, nein! Du bist schneller? Nein! Natürlich. Oh, da gewinnt dieser Wichs. So. Hallo? Ich mein, Pinguero speedet euch. Nice. Dann auch das. Alter, da hat Glamour unverdient verloren. Gewonnen, egal. Interessiert keinen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es wieder heiße FFAs mit Trottles. Am Montag! Keine Ahnung. Ciao da und schna... Und dann bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. 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 Ich speichere noch dieses Kampfvideo, weil ich gewonnen habe, das muss ich meiner Mama zeigen. Tschüss. Tschüss.